Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Guild Wars 2 hier auf GamingPG5 und wir haben wieder bei den Arne von Walitzky LP Hallo Hallo Oh, jetzt können wir uns aussuchen, was das nächstes machen Das Event unten haben wir grad doch entdeckt, wie sind du? Genau und ich hab ja jetzt auch hier noch meine äh, meine Hauptquest hier steh ich genau vor, aber jetzt machen wir erstmal das Event da unten das gibt nämlich ein bisschen mehr XP Ich hoffe wir es mal So, was sollen wir da äh, verjagt die Wirk... Ja sicher! Ja komm, voll mitten rein, die sind nur Level 3 Komm, erstmal den Dicken hier, erstmal den Dicken holen hier Ach das ist der Dicke, glaubst du? Erstmal den Dicken, ja Okay, komm, hier war doch irgendwie Aue-Effekt Boah, Junge, der macht doch auch nichts Boah Ah, das ist meine 2 ist so komischer Stachel, der vom Boden runter Okay, das ist doch cool, ich bedarfte sich aber ganz gut, sondern nicht viel bewegen Oh, jetzt hab ich so einen weißen Moor, was ist denn da gelaufen? Macht ja nix Ah Genau Ich krieg auch schon bonus XP dafür So, war hier noch nicht... noch irgendwas? Wir sollen hier irgendwelches Zeugs verjagen Ja, da sind noch ein paar Also... da hinten laufen sie wieder rum Ah ja, stimmt, die kommen jetzt gerade wieder zurück Oh, auf die Möhre! Wo läufst du hin? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Jetzt kommen sie mir gerade entgegen hier Ich glaube, ich habe den einen hier was eingeholt Aber das ist cool, die laufen nur weg Die greifen einen nicht direkt an, oder? Doch jetzt schon Ne, ne, die laufen einfach... Aber die laufen auch einfach... Ah, jetzt hat sie meinen... Ich habe meinen Leopard angezogen Endlich mal Ah, du bist da hin Ah, du hast doch voll viele an den Start Ja, ich bin da einfach entgegengelaufen wieder Warte mal, ich... Oh! Was war das denn? Sauber Das ist so lange ich dich nicht unnatt Ein bisschen um die Konsequenz, wenn ich das gegenseitig aufhebe Ich muss nämlich... So, um die Kuppertzeilen Dahin kommen sie schon wieder Wupp, irgendwie welche... Da! Hast du jetzt leckst bei dir auch? Ja, irgendwie schon Ah, jetzt geht's wieder Rückwärts kann man laufen Na, es ist Sonntag Komm nach Komm jetzt erstmal hier alle drei aufmachen So, da sind sie Kommt der hier Fahm Die Viecher Warum aber? Ich halb Da haben wir so viele eingreifen, wie es geht, damit sie stehen bleiben Oh Gott Oh, ich glaube ich sterbe Oh oh, das wäre jetzt nicht empfehlenswert Wir sind übrigens gar keine Gruppe irgendwie Nicht? Ach verdammt, stimmt Das haben wir gar nicht mehr gemacht Das sollten wir gleich mal wieder machen Ich lebe wieder Ich lebe wieder Ich lebe wieder Ich lebe noch nicht mehr Was können jetzt alles Stimmt wenn ich einen töte, dann Äh Boah Ach nein Das stand, das habe ich komplett ins Gras gebissen Kannst du mich hier hinten aufheben gehen, oder? Ja, Moment, ich muss mal den komischen Eich hier töten Wo bist du denn? Warte, ich lade dich hier schon mal in die Gruppe ein Äh, hier, hinter dem Baum liege ich genau Hier, hinter dem Baum liege ich genau Dann müssen wir eine Gruppe einladen So Boah, danke Ja, kein Problem mehr Wie du mich so schön streichelst Sieht total cool aus Da kommen sie schon wieder Schreien sie mich an Doch nicht Warte, ich greife mal Ich lasse nur noch mal ein Tier und der laufen da Du, da alle von diesen Konstantionsbildern Hast dich jetzt ungenau Nee Ja Ach, mit F1 und F2 kannst du glaube ich die Dings auch wechseln, ne? Ich glaube das ist nochmal eben nachgelesen Wegen der Äh Der verschiedenen Wasser und all sowas Ja Oh Jetzt sind es anscheinend nur noch 7% verbleibend Ja, wenn ich den einen hier habe, dann müsste er eigentlich schon fast Ey Es gab doch einen hier Komm Ich hab hier auch noch einen Oh, der grüßt mich schon wieder ganz schön runter Ich bin... 3% noch Jetzt haben wir's Ah, wir haben's geschafft Boah Die sind die epischsten Flachtritter Gott hat's auch heute wieder bei dir geleckt So Okay, dann... Wo können wir denn noch hin? Wir könnten einerseits, ähm... Dann lass uns mal zurückgehen und die Hauptquests von mir machen, das gibt euch auch nochmal ganz gut XP Jo Das würde ich schon mal... So Ich würde mir eigentlich mal neue Waffen kaufen Ich würde mir eigentlich einen Bogen holen Aber gut Was schon So, warte mal... Jetzt solltest du eigentlich gleich eine Einladung bekommen Oh ja Ach, die können wir hier zusammen machen Ist ja cool Ja, das ist echt gut Das ist sehr, sehr gut Ich dachte, jetzt muss ich hier alleine wieder... So... Warte Wo muss er denn hin? Der muss... Der muss da vorne hin Vergehen der Fertensucher Ah, ihr seid Spitzwingerin Wie schön euch zu sehen Ihr beide gemeinsam könntet mein Problem lösen, da bin ich sicher Ich will zum Wolfsschrein Aber jetzt habe ich Angst, meine Dolljacks dorthin zu führen Einer der Geister der Wildnis ist wahnsinnig geworden und greift Karawanen an Das ist doch sinnlos, dass ein Geist das tut Genau das ist es ja Ich verstehe das nicht Aber ich weiß, dass die Minotauern in der Gegend wild geworden sind TeamSpeak to User, TeamSpeak to User, do you copy? Nicht Minotauren, der Minotaurus Er ist ein Geist wie die Bärin oder der Wolf war im Haarlosen hinter der Bärin Ich kenne den Unterschied Na dann Minotauern Geist natürlich Wenn ein solcher Geist existiert, dann hat er sich seit Generationen nicht gezeigt Warum also jetzt? Er ist da draußen Wenn wir losziehen, werdet ihr es selbst sehen Ok, dann ziehen wir mal los Aber wir kriegen die Viecher hier sogar mit, oder wie? Oder müssen wir die jetzt beschützen? Wir müssen die beschützen, schätze ich mal Verteidigt die Karawanen Ah, zartsache da rechts oben steht was So, ich denke mal wir gehen hier lang Einer geht rechts rum, der andere links Wahrscheinlich latscht es einfach quer durch den Wald durch Ja, wahrscheinlich Guck ich mal Oh, das ist aber... Der Weg ist gar nicht so weit Es geht eigentlich Echt? Ach stimmt Das kann man ja so erziehen hier Nee, Minimap kann man erziehen Boah Der Wind hier sieht auch ganz cool aus Zack, da kommt wieder ein Das ist kein einfacher Minotaurus Er ist ein Geist der Wildnis Der Großpapa aller Minotauren Still jetzt Habt ihr das gehört? Hat der- Oh da komm es er Uaaah Oieieieieiei Voll auf die Neune Aber gut dass ich die auf andern Seite angreifen Wenn welche sich von hinten hinnen ist super gut Er wird gleich mal sterben Ich auch Uieieieiei Alter die sind aber stark Junge, Junge Oh der Tod Uieieiei Guck mal ob ich zu dir hinkomme um mich aufzuheben Ja warte ich Vielleicht kriege ich den sogar noch dauernd dann brauchst du mich gar nicht aufheben Das bin ich auch drauf. Okay, ich lebe wieder. Oh, Kampfrolle, weg hier! Ich wollte irgendwie nicht halten. Das wird cool. Mein Pet, mein Pet muss noch ein bisschen was töten, ey. Warte, ey. Den einen haben wir uns auch recht zu tun. Oh, jetzt bin ich hier. Ah, jetzt bin ich hier wieder aufgerappelt. So. Kerfe Sache. Oh, der hat hier noch was liegen lassen. Ah. Fiona. Aber, was hat ihn so wild gemacht? Erstes Mal seht ihr mich nicht mehr. Ah, gehoben kann ich sogar auch mal auslooten. Cool. Vielleicht ist es auch gehoben. Naja. Bei mir ein Kettenbeinschütz. Kannst du mich schon tragen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich möchte es jetzt nicht riskieren, hier irgendeinen Quatsch zu machen. Aber ich kann da mal gucken. Eigentlich ist es ja... So, ne, das ist schwere Rüstung. Das bringt mir gar nichts. Was ist denn das hier? Ich habe einen Fokus. Der ist wahrscheinlich für dich eher. Er hat vier Heilkraft. Aber ich kann dir jetzt logisch auch nicht schenken oder so, ne? Wenn wir noch handeln sollen. Geht doch. Oh, da kommen aber grad wieder... ...viecher. Und was fangen wir denn jetzt an? Wenn wir handeln sollen wir vielleicht noch verschieben. Erst von einem nach dem anderen, oder? Nicht mehr alles auf einmal angreifen. Ah. Ja. Oh, doch. Vielleicht schon. Ich kann mal eine neue Fähigkeit mal ausprobieren. Ah, grellen! Boah. Was ist dabei? Aber ich finde es gut, dass auch die... ...der weitläufende Fähigkeit hat zum... ...zum, äh, heilen. Heilen? Ja, ich kann mich heilen. Ich kann auch was heilen. Heil mich mal! Hast du nicht irgendwie auf 6 oder so ne Fähigkeit? Was? Doch, aber das ist irgendwie so ein... ...so ein Schild, oder so. Okay, ja. Was macht das hier? Erhöht verursacht den Schaden. Intensität zuniert sich. Oh, okay. Ah. Du musst aber trotzdem auch töten, der dich umgehauen hat, oder? Aber doch was. Ja, ne. Du kannst einfach irgendwie... ...und... 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 Oh. Gott. Gott sei Dank hat man nur so einen... ...und da ist mein Auto dabei. Ah, da ist ja noch einer! Ja, erst mal... erst mal wiederbeleben. Ich soll immer wiederbeleben. Ja klar, ne. Machst du da bei den andern. Welchen andern? Wod ich dachte grad quasi auch so um in den Tor zu diesem komischen Dolbiks. the... ...doll�iter. Ach, was hab ich gesehen? Ja. Der Fähigkeit beim Lücken. Ah, ich glaub ich hab schon alles aufgenommen. Jol... The- Hey, er dá- ...die hesset einen Riesenbogen, ne? Ich hab blauen Boden gefunden. Echt? Ja. Ja geil, das können wir ja in der Mission dann erstmal nicht so quatschen machen hier. Wurde nicht. Wieder was entdeckt hier. Entdeckt? Ah, ne Grufte. Ich hab grad 50 XP bekommen. Grufte. Was ist denn die Mehrheit von der Gruft? Grufte? Das hier ist ne... Oh, hier ist ein Schamane. Hallo, hallo. Achso, okay. Hallo? Was war das auf die Fenster? Habt ihr das gesehen? Sah aus. Hier kommen wieder welche. Ach du Scheiße. Kann man hier nicht auch irgendwie Targets machen? Wen man angreift? Oh. Boah hinter dir. Ja super. Wie viele? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. AOE Effekte. Ein Maß. Fang mal mit dem. Ach du Scheiße. Come on. Die ist auch kein bisschen übertrieben, die Quest. Das wird echt für viel mehr Leute ausgelegt. Ach du Scheiße. Die sollst du jetzt alleine machen, weil das ne Klassenquest ist. Okay. Jetzt ist hier wenig so ein bisschen was tot. Alter, da kommen immer noch mehr. Okay, du kannst halt die Leute eigentlich auch einzeln rauspicken. Ja. Weil die NPCs machen glaube ich einen Großteil davon aus. Kann das sein. Oh, stirb. Hm. Oh, sehr gut. Das war der Minotaurus, der Geist. Er macht sie ganz wild, ich sag's. Oh. Das war das. Ohne euer Eingreifen wäre diese Karawane unter donnernden Hufen zermalmt worden. Glaubt ihr mir das mit dem Geist der Wildnis jetzt? Ich stimme euch zu, dass die Minotauren sich seltsam verhalten. Aber das heißt nicht, dass wir es mit einem Geist der Wildnis zu tun haben. Ihr Jungspunde wisst gar nichts. Der Wächtergeist der Minotauren ist ganz aufgewühlt, das sage ich euch. Irgendetwas macht ihn wütend. Selbst wenn das stimmt, erklärt es nicht, was vor sich geht. Worauf reagiert der Geist? Was versucht er zu erreichen? Es gibt einen Weg, das herauszufinden. Ich habe den Geist unten beim Fluss gesehen. In einer Form, die fest genug war, um Spuren zu hinterlassen. Ein geübter Fährtensucher könnte der Spur folgen. Überlasst das mir. Ich gehe zum Flussfolge der Spur und gehe dem auf den Grund. Tut ihr das? Ich bin in meiner Heimstatt in Holbrack, wenn ihr mich braucht. Viel Glück. Ich weiß, ihr werdet Färgens Bestie finden, wenn sie existiert. Ja, gut, okay. So. Jetzt müssen wir zurückgehen, oder was ich muss machen? Ich kann nur eine Belohnung auswählen. Ich nicht, ich habe nur das verlassen. Dann wählen wir mal eine Belohnung auswählen und legen wir wahrscheinlich sowieso hier raus, oder? Ja. Ich bin nur gerade am überlegen, was jetzt am Schluss ist. Ich habe hier noch einen Bogen. Warte, vielleicht kann ich den Chat posten. Funktioniert sowas? Bom. Alles erledigt. In Richtung Wanderhügel verlassen. Ja, hört sich gut an. Ja. Machen wir. Aber wir sind jetzt hier direkt beim nächsten Questgebiet. Das ist ja cool. Das müssen wir für den hier machen. Okay. Aber wir müssen halt mal laden. Äh. Heute Zwiesprache mit geweihten Wölfen und... Äh, um auf die Rudeljagd zu gehen, bezwingt die Söhne Sven... Was? Sven Danis? Ah, hier. Die Wölfe, die können sich anlabern. Ach, die kann... Oh, okay. Der Geist des Wolfs ruft euch, damit ihr... ...mit dem Rudel anschließt. Ah, okay. Wir kämpfen mit dem Rudel. Auf geht's. Okay, ich auch. Zack, zack, zack. Endlich mal eine Kampfquest. Nicht schon mal. Dankt euch. Oh. Ein Drachenbanner. Achso, an dem soll sich das ausschalten, oder? Naja, jetzt ist ein Glückwunsch. Das war ja jetzt richtig schwer. Ja, ist es auch. Oh, hier ist ein Gegner. Oh, hier ist ein Gegner. Ach du Scheiße. Warte, ich komme mal zu dir zum Helfen. Beziehungsweise, der läuft irgendwo anders hin. Hier, lauft zu dem hin. Ihr Gegner. Was ist das? Ah, ist ein Anspringen, das wir die Fläche machen. Ach, verdammt. So ist das Ding hier entnehmen. Hier sollte ich voll immerhin kurz meine AOE-Effekte rein. Oh, einmal hier noch den hier. Kann ich hier den Wölfen da hinten wieder helfen gehen? Oh, komm. Was machen die denn hier, ey? Hey. Das ist süß. Okay, okay. Langsam, langsam. Ich bin nicht so schnell. Komm. Hier ist irgendwie noch ein Drachenbanner, aber nur so ein halb großes. Oh Gott, es sind hier oben viele Gegner. Ja, hier oben sind echt ganz ruhig. Ja, hier oben sind echt ganz ruhig. Ja, du Geist. Von allen Geistern verlassen er. Ja, hier oben ist was los. Ja, das kannst du laut sagen. Aber die Würfe waren schon ordentlich schade, das muss ich schon sagen. Ja. So geht es ja relativ fix eigentlich. Oh, ich habe eine neue App-Fähigkeit bekommen zu früh. Oh Gott. Ah, hier sind diese Söhne. Ich kill die gerade. So sind Spanien. Ist meinst du? Ja, genau. Oh, den ganzen Leuten schon irgendwie... Ich geh jetzt schon auf den Sack, aber... Oha. Also ich bin jetzt fast durchsüge, oder? Ich glaube, ich keine gute Idee, den sich die Nähe auf einmal angreife. So, kommt den dran, weil er dann noch gut ist. Oha. Oha. Oho, ein Gegner, aber wo ich jetzt noch, ey. Wir finden so ein kleines... Ey, wir sind nur so ein kleines... 25 live, wo? Boah. Wo bist du denn? Da, irgendwo hier ohne. Oh, ich helfe dir mal eben. Oh, ich helfe dir mal eben. Ich helfe dir mal eben. Oha, ich helfe dir mal eben. Ganz halt voll am Existenzminimum hier. Bis jetzt mache ich durch. Ich helfe dir mal eben mit. Ok, naja. Dann helfe ich dir mal eben mit. So, hier kommen voll auf die Möhre drauf. Oha, eh ohne Ende. Das habe ich's auch geschafft. Nein. So. Perfekt. Ja, schon. Ja, schon. Wir haben ja looten. Wir haben ja vergessen, wir nicht zum Looten. Die hatten einfach bis jetzt nix zum Looten. Ups, das bin ich gar nicht so. Hier gibt's EPL. Wo darfst du hin? Ich wollte ja noch. Achso, ich hab da... Schon ein bisschen Heulsacken hier. Stimmt, das muss man ja auch immer noch machen. Das hab ich mir jetzt noch gar nicht gemacht. So. Ich hab bis jetzt erfolgreich ignoriert. Und dann wollte ich da eigentlich da unten noch den... den Spawnpunkt mitnehmen. Da sind wir auch gleich die nächste Quest. Hier rechts wäre noch irgendein Ausschusspunkt. Kommen wir nochmal so hin? Hier, bei mir ist der. Äh nein, so rechts ist so... so ein besonderer Wegpunkt. So ein Minilager. Achso, ja warte ich komm mal hin. Was ist denn das für ein Ding? Sehenswürdigkeit. Oder ist auch noch... Da liegt noch Kupferherz rum. Wo liegt denn das hier vorne? Hier ist das Hirbarts Lager. Oh ja. Da liegt's. Das sieht irgendwie eigenartig aus. Die haben sogar liegen, diese Wölfe. Kann ich das Kupfer... Ich kann das Kupfer jetzt auch nochmal extra abbauen. Jaja, du kannst das auch abbauen. Das ist für jeden Spieler... Kein Sammelwerkzeug ausgerüstet? What? Du hast keine Werkzeuge? Doch, ich hab die dabei. Ach, ich muss die jetzt ausrüsten. Ja, du musst eigentlich nur, wenn du mit I da drauf klicken. Ich sollte auch gleich mal dringend schon mal die ersten Sachen in den Dings packen. In die Handelsgesellschaft. Weil ich hab schon wieder fast alles voll. Ach, du haust alles in der Handelsgesellschaft raus? Eigentlich schon. Eigentlich verkaufen meistens in der Handelsgesellschaft oder halt bei... was gehe ich, geht. Beim Kaufmann dann halt. Ich hab in der Regel immer alles beim... beim Kaufmann einfach rausgeschmissen. Halt, geht auch. Ich bin dann meistens zu faul, das ganze Zeug in dieses komische Auktionshaus reinzubauen. So, ich will mir jetzt mal eben das Holz da hinten. Dann mach ich mal hier ein Gespräch mit der... mit der Aufklärerin. Das glaube ich immer. Ich glaub ich kann mir auch das Holz sogar extra holen. Das ist unabhängig von den Leuten hier, oder? Ja. Das kann ja jeder abbauen. Das ist cool. Der Heiz des Abenteuers lockt uns in den Norden. Doch nur ein mutiges und wildes Kerl verliebt außerhalb dieses heiligen Tals. Ist das schon ein anderes Gebiet, kann das sein? Das ist ein anderes Gebiet da oben, ja. Was muss ich... Insofern hier eingreifen. Greift die Schaufler-Minen in Mausleck an und zerstört ihre bösen Maschinen. Wo sind die? Mach hier rein. Mach da rein. Schaufler-Felsch. Schaufler-Felsch. Schon mal. Wir haben ja richtige Hütten hier. Roll, ruf. Schaufler-Felsch. Wo ist mein Tier? Ach da. Schaufler-Felsch. Schaufler-Felsch. Ja. Kommt da rein. Schaufler-Felsch. Hier ist immer so ne, so ne Ah, so ne Maschine Hart kaputt Ups, wie das Ding hoch fliegt ey Du bist hier ein bisschen overblocked Nee, wie war's So Ja, was war das denn jetzt wieder Das war mein komischer Super Von oben runter Fall Bei der hier mein so Nee, das ist dieser komische Hammer Der mir da gerade entgegen gekommen ist Hammer? Das ist doch nie Ja, da war irgendwas hat mir auf jeden Fall Damage gegeben gerade Das sah ein bisschen aus wie so ein Hammer Boah, das Ding ging aber schnell kaputt Das ging echt schnell Da ist gleich der Nächste Ich hab das Gefühl, ich hab's nicht was anderes eingegriffen Irgendwie hab's das Gefühl, aber ich kann damit nicht zielen Und das hier Steine nehmen Das sind Steine Komm Wollte ich dem das Ding hier an die Birne werfen Wollte ich dem das Ding hier an die Birne werfen Oh Hier ist noch mehr so So, so Dass es ne Maschine ist Finde ich ziemlich lustig Obwohl es eigentlich nur ein Klohaus ist eigentlich Irgendwie schon, ne Oh, jetzt hab ich auch raus Aus für den Stein Achtung, Stein kommt Ja Ach, das ist mehr Schaden an dem Diesen Gebilden Kann das sein? Ja Wollte ich schon So, hier drüben nicht noch Koffer, so ich mir jetzt erstmal Wo liegt das, wo liegt das, wo liegt das, wo liegt das Hier liegt, steht auf jeden Fall jemand Ja Der war doch friedlich, der war doch nur orange Ach, den greif ich trotzdem an Jetzt ist er rot Hilf mir unglaublich Die ist noch mal ne Maschine perfekt Mal ordentlich platt machen das Ding Wo ist der denn? Ach da Da Ach, ups Haben wir's wohl so gleich fast geschafft Ja Ja stimmt Wir können eigentlich schon wieder uns fast auf den Rückweg machen Ah, jetzt sind wir durch Ja Und Die könnten vielleicht noch diese Erze dahinten abgreifen gehen Ach du meinst, die sind aber in die Richtung ja, ne? Ja, in die Rückrichtung, ja Ja, ja, das kann man machen Das ist ja kein Problem Wo sind die denn? Alles Weg optimieren Das eine ist hier oben Das andere braucht es dort sein Da Hier bei mir ist es Hupen Ah, perfekt Ich hab noch mehr Guck, boah Überleg schon Was ich überhaupt als Ins nehmen soll Hier als Beruf Oh, da steht einer hinter dir Hier müssen wir auch wieder irgendwas aus suchen Oh, wir killen uns instant Ich dachte hier, meine Fünferfähigkeit ist total der Überschadenszauber Ja, du kannst ja noch wechseln Soweit du die Waffe wechselst, ist ja eine Angriffe So, hier ist noch eins Oh Gott! Ich glaube, kamen wir nicht von hier oben? Nee. Nee, kam auch nicht. Hä? Ich glaube, wir kamen doch irgendwo von hier oben. Ja? Ist das vielleicht unter uns oder so? Nee, oder ist das hier? Ich glaube, hier lang, oder? Hier? Hier geht's raus. Oder? Ja, hier sieht's sehr gut aus. Boah. Pass hätten uns verlaufen. Wir hätten fast zum Wegpunkt teleportieren müssen. Oh ja. Wir werden verfolgt. Von so einem Maulwurf. Was? Ah, jetzt gehen wir ja. Jetzt wird weggelaufen. Oh. Kaum. Oh, bruf. Immer. Oh, es gibt. Immer noch. Schuss. So. Sehr schön. Juhu, da sind wir uns. Sehr gut. Ah, wenn's schon da steht, dann kann man's schon mitnehmen. Ja, ja. Boah. So, wo gehen wir... Hier links rum wäre doch das nächste Ding dann, oder? Wollen wir uns erstmal irgendwo an der Seite stellen kurz und mal eben verkaufen und da so ein Kram? Ist dein Inventage voll? Meinen Sie es noch nicht ganz voll? Ja, ich hab noch zwei Plätze. Echt? Ja. Na komm, ich versuche dir jetzt erstmal einen Bogen hinzugeben. Was wirst du davon? Ja, das kannst du natürlich mal versuchen. Ich weiß, kann ich... Ich melden. Ich glaube, du... Nee, du musst mir die paar Postes, glaube ich, schicken. Ach, stimmt. Das war so behindert. Ja, genau. Das kannst du ja nicht handeln hier. Ich guck mal, ob ich irgendwas für dich... Guck mal, wie komm ich da jetzt rein? Momentan. Das kann man einfach darüber ziehen, dann? Ja, genau. Also du musst oben auf der... auf dem Post, auf diesem Brief... Ja, das habe ich schon... Verfassen und dann darüber ziehen. Und dann halt an mich schicken. Okay. An... Wie hieß du nochmal hier im Spiel? Warte, ich stelle mich vor dich, dann siehst du es. Anis... Anis... Ah. Autovervollständigung, sei Dank. Äh... Betreff... Bogen... des... Todes... Heilung. Was ist denn das hier? Mittel? Nachrecht wurde... Erfolgreich gesetzt. Ah, okay. Möchtest du einen... einen Zepter haben? Hört sich gut an. Ich habe schon einen Zepter, glaube ich. So einen Mini-Zweig in der Hand. Ja. Gut mal. An... Weh. Ja, warte mal gucken. Achso, euch. Hahahaha. Hahaha. Manchmal bin ich voll selbst von meinen Sachen begeistert. So... Warte mal. Das einmal... Kann man doch sein Image auch ausleeren, indem man sich selbst Post schickt, oder? Äh... Ja. Ja. So... Das habe ich doch noch mal. Ich... Vielleicht hat der schon irgendwas Tolles. So... Send... Nach... Erfolgreich gesendet. Oh ja, ich... Post. Juhu. Und Präzision ist ja voll geil. Nehm. Aus... Wo... Wo ist das Ding? Ihh... Gott. Ich will immer C drücken. Ihh... Ist aber im Metall. So... Jetzt machen wir sogar mehr Damage. Voll geil. Danke. Hier sind schon wieder die wildgewordenen Centauren. Da ist schon wieder ein Event im Gang. Ich habe hier noch Blaupausen, die ich hier abgeben kann. Dann wird dein Inventar auch ein bisschen leerer. Ah... Ich glaube, ich setze mich gleich erstmal irgendwo hin und mache erstmal... Wo ist denn das nächste Quest? Das nächste Quest wäre dort hinten. Oh... Reisende! Wie gibt's äh... Ausrüstung, die schon fast was bringt an dieser Level 5? Was ich aber zum Beispiel noch nicht habe. Oh, ich habe Level 4. Oh, ich habe Level 4. Level 4? Was hast du denn gemacht? Äh... Gar nicht. Stimmt, die Hauptquests hast du ja gemacht. Ja. Oh. Oh, Sprung. Ja gut, warte. Ich verkaufe erstmal eben Schnellwertes, damit es immer ein bisschen leerer wird. Ich bin bei dem Verkaufen. Oben auf... Auf dem Schwarzlöwen-Ding da. Kettenbeinschüssel hin damit. Fortverkaufen. So. Ausbildungsgut, was brauche ich noch? Die haben wir noch immer diese komischen... Beutel aufmachen, oder? Ja. Na, da habe ich davon aber keine mehr. Da habe ich schon ein paar, immerhin. Was ich für einen Schwachsinn bekommen habe. Ich habe zum Beispiel... Oh, ich habe einen Bogen bekommen. Den war hätte ich mal schön. Ich habe auch noch einen Fokus, den schenke ich dir auch gleich nochmal. Na, noch einen Fokus? Ja, irgendwie so ein... Das ist so eine Nebenwaffe, ne. Reitmannsheil! Schick dir den einfach mal. Schick dir den einfach mal. Schick dir den einfach mal. Geht es hier? Komm! Ich will ja... ... mein hoch... ...exklusives, gebogenes Zepter verkaufen. Cool. Ich muss ja mal gucken, was wir hier als Berufe nehmen. Dann können wir den ganzen Scheiß wenigstens verwerten, oder so. Ja. Präzise Sperrschleuder habe ich auch bekommen. Ja, eine Schleuder möchte ich ja nicht hier entgelegt haben. Nicht? Aber dann sind doch toll. Hehehe. So. Na, die kann ich gleich noch aufmachen. Wo ist denn mein Inventor da? Das ist ein weniger winziger Eisbeutel. Wir hätten hier sogar noch drei so Mini-Questgebiete, die wir hier machen könnten. Ja. Die machen wir auch gleich noch. So. Ich muss nur hier eben ein bisschen was loswerden. Ach, ist gut, dass wir schon mal die Level 5 gemacht haben, hier in dem Gebiet, das Wogen auch für die schwerste ist. Ja. Alles dazwischen erstmal ausgelassen. Oh ja. Vielleicht für Level 2. Ich lag halt auf dem Weg, ne? Ja. Die war auch voll einfach. Das stimmt. So, jetzt habe ich einen Wogen. Den probiere ich jetzt gleich mal aus. Das würde ich dir, glaube ich, noch schicken. So, ich verschicke jetzt einfach mal meine ganzen Verbrauchsmaterialien. Jetzt wird mein Inventar wieder leer. So. Wunderbar, ich habe eigentlich mein halbes Inventar jetzt gerade noch leer. Das ist ganz gut. Das hier. Das hier. Das. Ah, hier ist ein Event. Neues Event. Neues Event. Neues Event. Viele, die sind jetzt Hauren verjagen. Können wir das doch mal machen? Oder überhaupt reißen? Ja. Das ist das, was wir vorhin schon gemacht haben. Aber machen wir gleich nochmal. Warten mal. Verkaufen. Hier oben werden zumindest die Zwiebeln, wenn du willst. Ja. So. Versteck sie unter mein Beinkleid. Das kann ich das nicht tauschen mit... Ne, kann ich nicht. Natürlich doof. Naja. Boah, was ist da los? Wie das hier los ist. Kommt alles rein. Boah, der mal den Bogen hat, aber die Schaden. Alter, verdammt. Ach du Scheiße. Wie sie mich einfach unboxen. Was soll denn das machen? Oha. Ui, Rückwärtsgang. Ich glaub ich, ich hab ein Moment, ich ... Hey, wieder schälen. Hey, wieder schälen. Ich hab' das. Schnellfeuer. Sack, 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 eieieieieieiei. Bogen geht ab, ist ja richtig geil. Ich bin auch so ein Ding. Ruhig macht, echt. Noch fast, doch. Ja, ich wechsle auf dem Bogen. Das ist doch eigentlich. Ich bin doch eigentlich. Dürfen. Das ist doch eigentlich. Dürfen. Dürfen. Warte mal den Krieg auch noch. Ah, okay, das ist doch. wir haben sie schon fast alles getötet sie sind mit 14 Prozent verbleibend klinisch schnell es ging echt gut so ordentlich oah, jetzt muss ich den Dicker ich bin mir das gar nicht kümmert hier haha Hätt ihn aber mal kümmern sollen hier so, der nächste komm, den krieg ich mir noch bleib stehen, bleib stehen wo wollt ihr denn hin, ey ja, wir haben die Quiz eigentlich schon erledigt, aber die krieg ich jetzt noch, ey Du musst mein Tier noch mal draufschicken, ne? Außer Reichweite. Nein! Ich krieg den nicht mehr. Du ein Assi-Viech. Oh, ne! Die schöne XP! Ich glaub, hier links rum, schneid ihn den Weg ab. Wo läufst du denn hin? Ich glaube, da läuft es außerhalb des Gebietes. Ey, komm! Oh, jetzt hab ich aus Versehen den Elch angegriffen. Ja, den Elch. Ich geb da auch E-P. Boah, wunderbar! So, jetzt hab ich schon meine ersten drei Fähigkeiten hier für das Ding frei. Hier oben liegen noch so Kerle, die man aufheben kann. So, wir haben jetzt zwei Quiz hinter uns und ein Quiz noch direkt in die Richtung, wo du gerade hinläufst. Genau, das wär die gewesen, die hier um die Ecke gewesen war, ja? Genau. Dann machen wir erstmal die einzelne, oder? Weil ich glaub, die ist auch... Moment, ich muss nur hier eben den Kampf verkaufen. So. Wo bist du denn? Ja. Achso. Wir müssen uns einfach hier so quer runterlaufen, oder? Warte mal, ich schau mal nebenbei auf die Karte. Ja, ein bisschen nach da drüben noch. Das ist ein Berg. Ich dachte erstens noch so ein Teich hier auf der Karte. Ich bin noch viel zu gewohnt, dass hier überall Wasser ist. Da hinten ist so ein Baum. Da vorn steht ja irgendwo hier noch hin. Ja, hier. Ich bin nach da. Algern-Spräusling. Die Espen-Spräusling. Dass man hier nicht die großen Bäume fällen kann. Ich bringe immer etwas Großes zu klein. Das wär echt gar nicht so schlecht. Und eine tägliche Herausforderung abgeschlossen. Ach, du hast schon viel mehr eingesammelt, glaub ich, von deinem Zeug, kann das sein? Das kann sein. Wissensammel-Quest. Aber die tägliche Herausforderung ist, glaub ich, immer nur so ein bisschen weiter so... Äh, für Sachen oder sowas. Also liegen hier ein ganzes Schneeleopardentot am Boden. Weiß ich nicht, wir haben Schneeleoparden. So, sprecht mit einem Schamanen-Sieger, um euch in einem Schneeleoparden verwandeln zu lassen, und Beute jagen zu gehen. Hoho! Oh, juhu! Und so werden hier drei Schneeleoparden. Herzlichen Glückwunsch! Komm! Schau mal an der Sieger! Mach mich zum Schneeleoparden! Ich will auch! Ja, auf geht's! Boah! Ich will ein neues Pelzschau. Juhu, Juhu! Was wird euch hier? Und jetzt diese komischen Viecher hier jagen. Oh Gott, jetzt hat man eine neue Fähigkeit. Wo ist man hinten? Keine Ahnung. Hast du das Ding hier, die Sehenswürdigkeit hier oben, eingesammelt? Äh, nee, nur nicht. Aber wir müssen dann vielleicht... Ich kann gleich nochmal zurücklaufen, hoffe ich. Warte mal, ich komm da schon runter. Ich hab einfach alles auf Cool Down hier gehauen. Boah! Du greifst direkt nicht... Oh scheiße, das war der falsche Knopf. Ah verdammt. Fünf ist verlassen. Okay. Fünf ist verlassen, ja. Boah! Erstmal den Spann hier aufheben. Boah, Stück Wildfleisch! Ich kann mich selbst ernähren. Selbst füttern. Hahaha! So, hab ich auch das Ding hier oben mitgenommen. So, hab ich auch das Ding hier oben mitgenommen. So, hab ich auch das Ding hier oben mitgenommen. So, hab ich auch das Ding hier oben mitgenommen. Alter, wenn du einen mit zwei anspringst, dann macht das aber ganz ordentlich damage. Echt? Oh, ich hab ein Kaninchen. Ah, 64 Schaden gemacht. Lass mich auch noch schlagen, ich will AP! Boah! 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 Bin ich grad getarnt? Ja! Na, wo bist du denn? Hä? Das wurde wieder zurückverwendet. Hä? Das ist einer Quatsch. Anknurren. Jetzt kann ich mal durchlesen, was das Zeug hier oben macht. So, nochmal. Gib und Piss. Komm, ich hau mal ein paar an. Hier. Ach nee, der tat sich von selbst. Nach einer Zeit kann das sein. Das kann sein, ja. Und eigentlich bin ich jetzt auch rausgekommen. Können wir schmarrn. Boah! Ich hab jetzt aber nicht die 5 bedrückt. Ganz sicher nicht. Das ist viel zu weit weg, die Taste. Geht zurück, euer Schneebedingang. Achso. 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 Ah, wir sind zu weit weg wahrscheinlich. Ah. Oh mein Gott. Dann lass mal genau hier runter. Und auf Beutyag zu gehen. Ja, wir müssen wahrscheinlich in den Busch hier uns übertreiben. Ja. Aber dass das hier zu weit weg ist, waren, das kann schon sein, dort hinten. Was ist denn, kann ich denn hier irgendwas machen? Ja, und ich hab hier auf jeden Fall hier nochmal einen getötet. Oh, jetzt sah ich nicht, wie das ist. Ah, jetzt hab ich verstanden, wie das funktionieren soll. Nur der Bruch an. Ah, dann kommen hier Sachen raus. Ja, ja, genau. Ah. Gut. Und dann funktioniert der ganze Kram auch. Das ist das Viech nicht. Einmal Schneelobehahn bist du aber echt ganz zügig unterwegs. Eins ist so Autohit oder wie? So. Nur den Busch an. Kaninchen. Waschbär. Komm, den Waschbär will ich auch nutzen. Juhuhuhu. Noch ein Waschbär. Haha, das ist, das sind die liebsten Quests. Ah. Hier unten sind auch noch ein Haufen. Dinger. So. Was sind denn die? Da ist... Gott, ich treffe das Kaninchen nicht, was zu klein ist. Sieht aus, als hätten wir uns einfach auf dem Boden gedatscht. Hier haut einer den ganzen Scheiß hier um. Das ist natürlich ärgerlich. Nö. Vielleicht hau's auch an. Krieg dann die Quest. Find ich eigentlich gar nicht schlecht. Ein Knienchen Mario und Hit. Boah, ich glaube ich hab's auf. Oh, oh, oh. Kann doch gar nicht. Nein. Ich glaube, ich habe es jetzt fertig. Und du? Noch nicht ganz. Sondern komm, ich will noch nichts helfen. Komm. Oh, voll drauf. Oh. Ich kann hier stehen. Ah. Ja, sehr gut. Ach du Scheiße. Oh. Ich werde ihm davor gesprungen. Wo ist es da? Brauchst du nochmal eins? Ich brauche noch einige. Ja, dann komm hier, weißer Moor. Kannst du ihn anspringen? Ah, ich kann gerade nicht anspringen. Jetzt hab ich. Okay. Ein, zwei, drei, ein paar. Ich habe ein Kaninchen angelaufen. Wo? Ja, hier, hier, hier. Nun, Wursch, jetzt ist es tot. Ah. Dann kann ich nochmal hier hoch einfach nochmal. Hier sind vor, weil wir ein Haufen Waschbären rausgekommen. Ja, nicht schlecht, wenn man hier zu zweimal anspringen kann. Hilf gleich. So, wir bringen hier mal jetzt. Ha, 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 ha. Schaut den Busch an. So. Ach so, bist du hochgelaufen? Ich bin hier hochgelaufen, ja. So, jetzt bin ich hier nochmal um die Ecke und guck. Und Schnee-Leoparden-Junges. In dem beiden hier nochmal. Dann sollte es eigentlich erstmal für das Quest gewesen sein. Oh, den. Und... Wie ist das hier? Zack. Wo ist er da? Wie sage ich, ich habe auch ein bisschen die Schrotte im Inventar. Ich hätte einen Panzerschwieder gebrochen. Ah, scheiße, nein. Ich habe hier wieder den falschen Kopf gedreht. Ah, ein Reuner. Einer oder zwei. Wann denn? Hm. Kann man hier was tolles kaufen? Kann man hier so Totems kaufen? Ach, sind so Accessoires. Okay. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Der Segen der Schnee-Leoparden-Kraft ist der Höhe. Nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, das zu kaufen gibt es. Ah, jetzt habe ich es. Okay. So. Ja. Dann. Wollen wir denn die Folge für heute auch erstmal beenden? Wir haben schon wieder knapp 40 Minuten ungefähr. Wir sind heute echt gut dabei. Wir sind gut dabei, ja. Ja, ich glaube, ich brauche. Wenn wir da rüberrennen, dann brauchen wir sowieso das noch viel länger, oder? Äh. Wenn wir da drüben sind noch zwei Quests, dann können wir das entspannt nächste Folge machen. Genau. Können wir auch mal gucken, was hier da oben in einem Schneegebiet da versteckt ist. Genau. Machen wir das nächste Quest. Also eine Fertigkeit, das machen wir dann alles nächstes Mal. Genau. Event bei uns. Oh, Versuchung. Erhaltet die Gestalt der Schneeleoparden, bla bla bla. Erhakt den Schaufler. Ach, der Schaufler ist ja hier. Oh, die sind ja hier, ey. Na komm, wir machen weiter noch. Dann müssen wir aber nochmal hier diesen, diesen... Ach, wir sind noch im Schneeleoparden, muss ich zumindest. Ich nicht. Oh, ihr war nicht, oder? Äh, doch. So zumindest nach der Questbeschreibung. Was führt euch hier? Ja, alles klar. Ach, hier, durchsuchen wir vergessen. Herausforderung in den Prüddeln. Oh, 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 oh. Ja, wie der Schamann erst mal zum Schneeleoparden wird hier. Der hat selber auch gezogen. Ja, der hat sich selber verzaubert, weil ich mir angegriffen habe. Wie der abgeht. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil du da oben stehst. Oh, ich habe nicht gern gesehen. Hier greift mich so ein behinderter Elch an. Ah, ja, warte, ich kann noch mal hin. Wir haben sowieso jetzt wirklich den ganzen Schaufler tot gemacht. Da sind nur noch diese paar da unten, oder? Ich hoffe es zumindest nicht. So. Da unten die zwei Schaufler noch, dann sind wir ruhig fertig. Oh, jetzt verpisst er sich hier. Ah, hier ist das Loch, warte. Hier ist noch ein Loch. Ja. Ah, Schaufler. Ah, Hilfe. Komm schon, ordentlich. Super Rescue. Komm, kann man hier nicht irgendwie AOE-Schaden machen, oder so? Das fehlt irgendwie noch. Sorry, ich bin ruhig jetzt mal. Ah, ich habe es abgeholt. Ich weiß nicht. Dein Gold-Status. Wenn das nicht toll ist. Gut. Und ich muss sagen, machen wir die anderen Quests, äh, im nächsten Fall, oder? Ja. Komm, beleben wir den noch wieder, und dann können wir eigentlich theoretisch sogar im Steliopan, wo es so rübergehen, wenn das so rüber funktioniert. Ja, aber das ist lustig. Gut. Hm, na egal. Dann sieht man sich nächste Woche wieder, oder? Nächste Woche wieder. Genau, nächste Woche. Dann, guten Tag und, und, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.